Wir freuen uns, hier zu sein und dieses Spiel bestreiten zu können. Ich habe schon viel gehört, dass Lali hier schon ein paar Mal gespielt hat, dass es sehr schwierig ist. Und ich denke, dass wir morgen gegen eine starke Mannschaft spielen werden. Und es ist so, was ich jetzt auch im letzten Jahr erlebt habe, dass gegen uns natürlich alle nochmals doppelt hochmotiviert sind. Und dementsprechend wird es wichtig sein, dass wir hochkonzentriert in dieses Spiel gehen und versuchen, ein gutes Ergebnis für das Rückspiel zu haben. In Englisch oder in Arabisch? Wir sind sehr froh, dass wir hier sind. Und wir sind froh, dass wir die Möglichkeit haben, um die Spiele zu spielen, morgen Abend zu spielen. Ich habe viel gehört, dass Al-Ahli spielen hier und ich weiß, die Geschichte von Al-Ahli hier. Ich weiß, dass wir eine schwierige Spiele haben, morgen Abend zu spielen. Wir werden gegen eine sehr starke Mannschaft, morgen Abend zu spielen. Ich weiß, dass jeder Team in Afrika spielt, besonders gegen Al-Ahli, doppelt motiviert und es gibt alles, um uns zu spielen und gegen uns zu spielen. Deswegen werden wir morgen Abend voll konzentriert werden, um ein gutes Spiel zu spielen, um ein gutes Spiel zu spielen und es einfacher für uns, als für das zweite Spiel in Kairo zu spielen. Seit einem Jahr hier und auch natürlich in der Vergangenheit, wo Al-Ali hier verloren hat, das ist vorbei. Wir werden morgen versuchen, ein gutes Spiel abzuriefen und wollen natürlich nicht verlieren. Wir wissen das jetzt noch nicht, wie das ausgehen wird. Aber ich werde die Mannschaft so einstellen, dass wir, was ich vorhin schon gesagt habe, ein gutes Ergebnis holen können. Und in der Vergangenheit, es bringt nichts, in der Vergangenheit zu sein, weil das kann man eh nicht ändern. Also wir können morgen ändern, dass wir das Ergebnis ändern, dass das nicht mehr passiert, dass man verliert oder unentschieden spielt. Wir werden alles dafür tun und ich denke, dass wir auch vollbereitet sein werden, obwohl wir auch wissen, dass es gegen ein starkes Team geht. Ich bin hier als Coach seit einem Jahr seit einem Jahr seit einem Jahr seit einem Jahr geworden ist, was passiert in der Vergangenheit ist, ist die Geschichte. Es hat sich verloren, und wir werden niemals verändern, was passiert ist, aber wir können nicht verändern, was wird passieren. Wir wissen nicht, was wird morgen morgen passieren. Wir werden unser Bestes, wie ich gesagt habe, um ein gutes Ergebnis zu machen, um ein gutes Ergebnis zu machen. Wie ich gesagt habe, was schon passiert ist, können wir es ändern, aber wir freuen uns, um mein Team zu vorbereiten, um ein gutes Spiel zu spielen. Wir wissen, dass es ein schweres Spiel gegen ein starkes Team wird, aber wir sind vorbereitet, und wir werden unser Bestes, um diese Geschichte zu ändern und um ein gutes Ergebnis zu machen. Eine weitere Frage? Also gut, es war ein bisschen schwierig, das Spiel vorzubereiten, weil die Nationalmannschaftsspiele, die waren auch noch weg, die sind vergessen, zurückgekommen. Und wir haben jetzt heute noch diese Trainingseinheit im Stadion, aber die Nationalspiele haben viel Erfahrung und es sind auch viele, die hier auch schon mit dabei waren. Also kennen sie diese Situation und können sicher auch mit dem umgehen. Ja, mir ist das bekannt, wir haben ja auch öfters ein Spiel gegen Nordafrikaner und mir passt es eigentlich auch nicht, die Zeitverschwendung. Und ich versuche das auch meinen Spielern natürlich mitzugeben, dass wir spielen wollen, dass wir nicht ständig am Boden liegen, dass wir ständig irgendwie simulieren. Das passt mir nicht und ja, und wir werden das, klar, es ist immer schwierig, dann zu sagen, wenn ein Spiel am Boden liegt, hat er eine Verletzung oder keine, aber mir passt das nicht und ich versuche das meinen Spielern auch zu vermitteln. Also, concerning die erste Teil der Frage, es war nicht leicht, die Team zu vorbereiten, besonders wenn die Nationalmannschaftsspiele kamen zu mir vor zwei Tagen. Wir haben viele Spieler in den Nationalmannschaftsspiele, aber diese Spieler haben eine große Erfahrung in diesem Feld und wissen, was zu tun. Und das ist, weshalb ich bin, dass meine Spieler, dass sie gut vorbereiten für das Spiel, dass wir heute trainieren müssen, auf der Bühre und ich denke, dass wir sehr gut vorbereiten für das Spiel und die Spieler, die wir haben. In der zweiten Teil der Frage, ja, wir spielen auch gegen viele Teams aus Nordafrika. Und wir haben das gleiche, was Sie sagen. Und das ist nicht meine Philosophie. Und deswegen spreche ich immer mit meinen Spielern, die wir spielen müssen. Ja, gut, der Termin ist halt leider so festgesetzt. Das ist sicher nicht optimal für die Spieler. Gerade jetzt, wenn die Spieler in der ganzen Welt unterwegs sind, um Spiele zu spielen mit der Nationalmannschaft und dann zum Klub zurückkommen. Das ist keine gute Vorbereitung, aber die Nationalspieler wissen auch, die haben meistens nicht viel Zeit dazwischen. Wenn wir als Klub vielleicht zwei, drei Tage mehr Zeit hätten, wäre das sicher besser für das Spiel auch, für die ganze Situation, für die Regeneration der Spieler. Aber der Termin ist so gelegt und ja, wir müssen ihn so annehmen, ist nicht optimal. Aber nichtsdestotrotz, die Spieler, gerade hier bei Al-Ali, kennen die Situation. Die sind ständig unter Strom, unter Stress, müssen mit dieser Situation umgehen können. Aber ich muss natürlich als Trainer sagen, dass das für die Gesundheit nicht optimal ist, dass man da eigentlich mehr Zeit bräuchte dazwischen. Und das müsste eigentlich auch allen klar sein, die in Afrika unterwegs sind, dass man da mehr Zeit einräumen müsste. Das ist das erste. Bei Menheim und Imheim gehe ich davon aus, dass es geht. Wir haben heute noch eine Trenneseinheit und ich werde dann auch noch mit Ihnen sprechen und schauen, ob es okay ist oder ob es nicht geht. Ich habe noch eine Frage mit Ihnen dafür. Herr Kollege Bündner, dass in derrences unter diesem Punkt die clotten, ist der Inhalt der Wirkung der Erwärter der Mehrwerten einer Wahl. Der Haupt parfois nicht mit einer Seite ist aber nicht mehr, dass wir unheimlich organisiert werden, dass wir uns nach einer anderen Velenkennung haben. Aber wir haben uns ein paar Sachen gemacht, wir haben, dass wir uns über jemanden haben, dass wir uns sind, aber ich bin mit einer anderen Velenkennung haben. Wir haben uns ein paar Mal. Wir haben wir die Menschen, auf der Fucken-Einheit und überlegen, was wir zusammengehalten und hinterher verhalten und so ein paar Mal. Aber wir haben auch etwas zuschra Idea. Wir haben wir uns überlegen, wir haben wir um Arbe-Einheit. Ich bin ein Teil der Bezügele, ich bin der der Bescheid von der Überraschung oder Bezügele und das Frau hat ein Fisch in der Ich wünsche mir die So I will translate it on briefing this in in English this question was about the national players that they have 11-12 national players and they came yesterday and some players then needed 20 bis 24 Stunden, um die Team zu kommen, um die Team aus Japan und all über die Welt zu kommen. Und wenn es das ein Problem ist für die Team für die Preparation, dann ist es ähnlich wie die Frage hinter mir. Und die Coach sagte, wir wissen, dass es nicht optimal ist, dass diese Zeit nicht gut ist, um diese Zeit zu machen. Ich weiß, dass die Spieler, Bail Ali oder die Nationale Spieler sind, und sie wissen, wie zu dealen mit dieser Art von Druck, und sie hatten ähnliche Situationen vorher. Aber für mich als Coach, es war nicht die Idee für die Spiel, und es ist nicht so gut für die Gesundheit der Spieler. Und ich hoffe, für diejenigen, die für die Fußball-Football sind, zu machen, in der Zukunft zu machen. Eine letzte Frage. Eine Frage. Eine Frage. Eine Frage.